Hallo, hallo, hallo! Heute wieder ein Sportlog aus Itzstein. Bei den Taunusfightern mit der Tanja. Hi, in aller Herrgottsfrüh, wohlgemerkt. Ja, das kam kurz vor neun und wir wollen heute hier boxen. Wir haben schon die Dinge an, zeig mal, genau. Und das Training werden wir gleich im Intro sehen. Los geht's! Alsja, hallo, hallo! Ich hoffe, es geht's gut. Ich hoffe, es geht's. Ich werde nochmal das Auto und machen das Auto. Wie ist der Fehler? Was er handelt? Ja, ich werde erstmal alles hier pieces. Ich werde alles. Ich werde das Auto. In der Tat. Ich werde das Auto. Das war's. Das war's. Das war's. Das war das Training heute bei den Taunus-Feilern. Der Stefan, der war heute das erste Mal da und ist richtig kaputti. Hat Spaß gemacht. Natürlich. Man kann bei den Taunus-Feilern immer wieder kommen, um ein Probetraining zu machen. Tanja ist jetzt auch mit dabei. Ich bin mit dabei. Und wir sagen, ciao, liebe Sophie. Bis zum nächsten Training. Tschüssi.